Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute werde ich euch zeigen, wie man schnell und einfach eine Starterbase bauen kann und damit wünsche ich euch viel Spaß. Als allererstes solltet ihr euch zunächst für einen guten Standpunkt entscheiden, damit ihr dann euer Haus da bauen könnt. Dabei kommt es allerdings vor allem auf eure eigenen Vorlieben an. Ich zum Beispiel baue meistens am Wasser, weil ich das ganz cool finde und zum Beispiel in Wüsten oder so baue ich gar nicht so auf, weil ich das halt nicht so toll finde. Aber wie gesagt, das kommt in diesem Fall jetzt mal ganz auf euch an und ist auch eigentlich egal, wo ihr das baut. Nur als kleiner Tipp vielleicht noch, das wäre halt ganz gut, wenn ihr eventuell schaut, dass ihr genug Ressourcen in der Nähe habt. Zum Beispiel halt einen Wald oder sowas, damit ihr halt auch Rohstoffe bekommt, damit ihr das Haus dann auch bauen könnt. Der zweite Schritt besteht dann daraus, die Rohstoffe für das Haus zu sammeln. Ich habe euch hier mal eine Liste gemacht mit allen Rohstoffen, die ihr für das Haus brauchen werdet. Die Innenausstattung habe ich allerdings nicht mit berücksichtigt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt irgendwie noch eine Werkbank oder sowas und Betten und Kisten und so, dieses ganze Standardzeug halt noch haben möchtet, dann müsst ihr das natürlich nochmal oben drauf zählen quasi. Und mit diesen Rohstoffen baut ihr jetzt quasi nur das Haus erstmal. Und dann sind wir auch schon beim dritten Schritt und das ist jetzt das richtige Bauen. Wir können jetzt also anfangen das Haus zu bauen, weil wir die Rohstoffe ja schon haben. Und ich blende euch mal hier den Grundriss ein, damit ihr den auch abbauen könnt. Und insgesamt würde ich euch übrigens empfehlen, das Video immer zu pausieren, wenn ich quasi etwas erklärt habe. Dann könnt ihr das Ganze in Ruhe nachbauen und wenn ihr dann den Teilschritt quasi fertig habt, könnt ihr weiterschauen. Beziehungsweise wenn ihr irgendwas noch nicht so richtig gesehen habt, dann vielleicht nochmal zurückspulen. Als erstes bauen wir zunächst das Gerüst aus den Baumstämmen. Die langen Säulen sind in diesem Fall neun Blöcke hoch und rechts daneben sind nochmal Säulen, die sind allerdings nur fünf Blöcke hoch, also etwas niedriger. Und auf der linken Seite kommen dann später auch nochmal kleinere Säulen, die sind nur drei Blöcke hoch. Da kommt nämlich später auch der Stall hin, deswegen sind da auch keine Mauern zum Beispiel. Und das ist dann auch schon das nächste, was wir tun, denn die ganzen Zwischenräume zwischen den Holzstämmen quasi, die können wir jetzt auffüllen. Und je nachdem, wie ihr das möchtet, könnt ihr zum Beispiel auch Platz lassen für Türen und für Fenster und so weiter. Ihr müsst das allerdings nicht genauso nachbauen, wie ich das gemacht habe. Vielleicht wollt ihr zum Beispiel woanders noch eine Tür haben, vielleicht einen Hintereingang oder sowas. Oder noch mehr Fenster oder weniger Fenster. Das ist ganz euch überlassen. Und wie gesagt, ihr solltet nur darauf achten, dass das halt alles jetzt ausgefüllt wird. Außer natürlich diese Teile, wie gesagt, am Stall. Wobei ihr natürlich auch den Stall ins Haus integrieren könnt, wenn ihr das möchtet. Aber ich finde das immer ein bisschen cooler, wenn die Tiere noch so außen sind. Und dann quasi erst die Hausmauer kommt und dann das richtige Haus anfängt. Den Innenraum, wie gesagt, baue ich ja nicht so viel aus. Allerdings bauen wir hier auf jeden Fall zumindest die Treppe ein. Und die kann dann einfach genutzt werden, halt wie gesagt, um auf die zweite Etage zu kommen, was halt Treppen so können. Und dann könnt ihr damit auch später auf den Balkon kommen. Und auf den Balkon, den könnt ihr theoretisch auch noch nutzen, wie ich das zum Beispiel tue. Ich mache jetzt hier so eine kleine Anbaufläche für Weizen und für Kartoffeln und so weiter hin. Aber ihr könnt natürlich auch einfach einen ganz normalen Balkon da hin machen und da dann irgendwie, weiß nicht, Kisten hinstellen oder was auch immer. Dann könnt ihr auch schon die Fenster einbauen. Und was ich immer noch ganz gerne mache, ist links und rechts neben den Fenstern noch ein paar Falltüren zu platzieren. Das sieht dann nämlich aus, als wären das so Fensterläden. Und dann könnte man die zuklappen, wenn irgendwie Sturm ist oder Nacht oder sowas. Und dann sind die Fenster halt gesichert. Das finde ich auch ganz nett. Und ich meine, ganz viele solcher Details zusammen ergeben natürlich schon ein sehr viel besseres Gesamtbild. Aber wie gesagt, wenn ihr das nicht so toll findet, müsst ihr es natürlich auch nicht nachbauen. Die Dächer bei dem Haus bestehen aus Halbsteinen und zwar zum größten Teil aus den Holzhalbsteinen. Damit mache ich dann hier eine ganze Fläche quasi. Und die Umrandung, die mache ich nochmal extra. Und zwar mache ich da dann Stonebrick Halbsteine hin. Also diese Steinziegel Halbsteine quasi. Das finde ich sieht immer ein bisschen cool aus, wenn man noch so eine Kontur einmal drumherum hat. Ihr könnt theoretisch auch andere Holzfarben zum Beispiel benutzen oder Cobblestone. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Und natürlich auch je nachdem, mit welchen Materialien ihr baut. Vielleicht benutzt ihr ja auch Stein, um das Haus zu bauen oder sowas. Das würde sich dann natürlich anbieten. Was ich dann noch mache, ist meistens nochmal so eine extra Linie, die noch ein bisschen höher geht. Das mache ich dann meistens da, wo Holzstämme zum Beispiel sind. Also am Anfang, in der Mitte und am Ende einmal von dem Dach. Das sieht dann nochmal so aus, als wäre das ein bisschen spannender, ein bisschen aufregender einfach das Dach. Und finde ich halt ein bisschen cool, als wenn es einfach nur flach ist. Und dasselbe machen wir dann auch nochmal auf dem großen Dach. Da ist das im Prinzip genau dasselbe Prinzip. Nur, dass wir halt diesmal nicht nur eine Schräge haben, sondern halt auch auf der anderen Seite wieder eine Schräge haben, die nach unten geht. Und danach können wir auch direkt vor dem Haus schon mal einen kleinen Marktstand bauen. Das hat jetzt nicht so viel Nutzen tatsächlich, aber ich finde es sieht zum einen ganz cool aus. Und zum Beispiel, wenn ihr auf einem Server spielt oder sowas, dann könnt ihr da ja irgendwie eure Tauschgeschäfte oder so abwickeln. Oder da irgendwie nochmal, weiß nicht, ein paar Sachen lagern und so. Das finde ich sieht eigentlich ganz nett aus. Ich zeige euch jetzt nochmal im Zeitraffer die Innenausstattung, die ich hier gebaut habe. Innenausstattung ist allerdings immer so eine Sache, denn das ist natürlich zum einen, hängt das total davon ab, wie ihr das machen wollt. Zum Beispiel, ich kenne Leute, die wollen halt möglichst funktional einfach alles irgendwie voll mit Kisten haben und so weiter. Andere Leute dekorieren das gerne und so weiter. Dementsprechend ist das hier jetzt nur mal eine Idee quasi, eine Inspiration für euch vielleicht. Und den Download-Link übrigens von der Map ist auch in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das nochmal ganz genau anschauen, wie ich das gebaut habe. Aber insgesamt ist das hier schon relativ survival-freundlich. Man hat eigentlich alles, was man so braucht. Außer vielleicht ein Höllenportal, aber so einen Verzauberungstisch hat man. Man hat viele Kisten, man hat ein Doppelbett und Rüstungsständer und so weiter und so weiter. Ist insgesamt eigentlich ganz cool geworden. Und da müsst ihr natürlich nur noch Tiere einfangen und die da hinten einsperren. Das wäre natürlich dann auch noch eine coole Sache. Da könnt ihr dann Pferde reinstellen zum Beispiel oder Kühe oder Schweine, was auch immer ihr halt haben möchtet. Und ja, das war es eigentlich von dem Video. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Häuschen in die Kommentare. Und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, das geht auch schnell und einfach und hilft mir sehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.